Kannst du das auch selber nochmal machen? Das brüsten wir schon auch für Franz' Kanal, damit er ein Speedbatting hat. Mit Brüsten? Okay. Ja, mit Brüsten. Simi! Wir müssen Brüste malen. Wie geht das? Wir brauchen ein Modell. Nee, danke. Das sieht gut aus. Na gut. Mach mal die Frontkamera oder so. Aber dann sieht das wahrscheinlich mehr aus uns. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Oh, jetzt sind wieder Leute aus dem Gebäude. Wir malen nur. Ah, das ist voll okay. Das ist alles in Ordnung getrennt. Sie haben eine super Mülltrennung. Wunderbar. Optisch machen wir nicht verkehrt ihn. So, dann hat er hier seine Nase. Okay. Wenn das so ist. Der kann nicht, dass man Dinge einfach akzeptieren muss, wie sie sind. Wenn deine Mann da ist, Osher, wer malt? Davies Schulz malt. Davies Schulz, ja. Jemand beschwert sich ja auch über Dämonen-Ritual. Davies! Hallo, ich male. Davies Schulz, ganz klar. Hat gerade keine Sonnenbrille. Darfst du nicht mit deinen Fingern zu dollen drauf, sonst machst du Flecken. Ja, ich möchte keine Flecken. Hat es weh getan? Muss, muss, muss ich. Herodes hält das durch. Das ist ein starker Mann. Ich bin halt saukizlig. Oh, das ist aber negativ. Das ist negativ. Ja, das Video wird dann wahrscheinlich schon... So Leon Machère hat natürlich auch Augen, ne? Also so Probleme. Ja, seit wann hat der Augen? Echt mal? Ja. Ich glaub das eine Auge ist ein bisschen schief geworden. Ich find's halt ein bisschen merkwürdig, dass er mit der Seite malt, wo ich angewissen habe, statt auf der anderen Seite. Soll, jetzt ist die ganzen Elfer-Kälen. Ja. Wir haben das direkt reingedriffen. Es gibt Sonnenbrille, das wird dann blau und nicht rot. Äh, jetzt wird der wahrscheinlich ein Neger. Muss man einmal da... Was muss ich? Ja, dein Handy. Oh, sorry. Und dann hat er hier so Brüste. Ja, jetzt brauchst du das ja nicht mehr, oder? Willst du die Brüste machen? Nee, ich meine das Bild brauchst du nicht mehr. Der hat ja hier keine Brüste. Ja, warte, ich mach hier noch so ein bisschen... Aber ich kann ja schon beschärmen. Du darfst nur dazwischen nicht zu viel kratzen, sonst wird das alles rot. Wird langsam rot. Ja, aber das sind ja die Scheppen, die sollen ja rot werden. Okay, okay, okay. Sorry, ich hab nicht mehrere Abstupen. So talentiert ist mein Bild kratzen. Nee, nee, es ist voll okay. Wir haben uns dazwischen drin noch gelegt. Ja, das sieht gut aus. Okay, pass auf. Und jetzt noch die Brüste. Geh mal zu einem Passanten und sag ihnen mit Hitler-Stimme, dass du Charlie Chaplin bist. Ja, wir sind halt keine Passanten. Das ist halt ein bisschen drauf gelaufen. Sorry, Kollegahs. Kann man sagen. Hätte gleich geschafft. Ja, ja. Du hältst es durch. Siehst als Challenge. Kannst du ja hier hinrufen. So, also ich finde, er ist gut geworden. Oh, der Livestream ist gerade weg. Nee, der Livestream ist wieder. Aber der ist nicht mehr auf uns gerichtet. Okay. Das vollendete Bild wird gezeigt. Wer wurde denn jetzt gemalt eigentlich? Die Leon Machère. Das ist, glaube ich, nicht ganz Leon Machère. Das ist, glaube ich, nicht ganz Leon Machère. Das muss ich jetzt kurz entwickeln und dann kriegt das auf jeden Fall. Erstmal wickeln, aber da darf kein Licht dran kommen. Ja, das muss jetzt in der Dunkelkammer entwickelt werden. Das wird uns verfälscht. Das wird bestimmt alles gesehen und gehört. Wo sind die Lippen? So, bist du in der Kamera? Das dauert länger. Robin, du kannst jetzt, glaube ich, die Kamera weg. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Es entwickelt gerade hier. Es ist gerade noch negativ. Kann ich mir hier mit dem Dreck unser Fingern nehmen? Wir können ja schon mal schauen. Hallo. Ist das ein Unlimited Users Video? Das ist Behind the Scenes. Live auf Livestream. Willst du vielleicht zeigen, wie ich meine Fingernägel sauber mache?